ach so ja ich wollte sagen woran soll ich den geheimen stern wissen ich weiß ihn doch ich weiß ihn doch was ist los mit mir ich muss doch nur die was heißt nur ich muss die 50 denkt sammeln so ich habe schon vier leider ist die cam da schon wieder oder immer noch genau da wo wo fliegt hier gerade was lang da ist irgendwo was aufgekommen aber hier nicht wobei da unten ja ich hab ich hab's gehört habe zwar nicht gesehen aber ich habe gehört so die müssen jetzt auch so besiegen hallo drehen bitte die geben auch drei daraus kriegen wir noch mal ein paar noch mal 35 drin war nicht immer immer verschieden jahr 15 noch sollte ich wohl hinkriegen noch sehen und dann muss ich da kurz einmal rein laufen halt ich kann ja theoretisch wieder raus kommt drauf an viel hier jetzt noch drin ist mal 4 werde ich wohl jetzt noch zusammen kriegen oder wo ist denn der anfang der eingang wo ist er da nur vier stück finden und dann wieder den raus weg den raus weg vor allem sagen wir das schon nicht hier und den raus weg weiß ich auch noch ja muss ich komme nicht raus oder was wie ich komme jetzt nicht aus ich wäre so ausgerastet ja ja ich hab die ich hab sie hier dann kann ich mir aber nicht mehr erinnern was kriegen wir denn schönes hier wobei doch das kenne ich doch den joshikopf kenne ich wusste zwar nicht mal dass das jetzt hier gerade hier der joshikopf ist aber naja gut freien wir mal den joshikopf von den so zählte da eigentlich hoch muss keine bestimmte hohe bestimmt hohe kombo machen oder nicht daran kann mir nicht daran erinnern dass ich sowas machen muss so sagt sagt das war schon das war's tatsächlich schon cool ja wir haben schon ein sechstel des spiels geschafft wenn das nicht mal cool ist dann weiß ich auch nicht ja das speichern wir jetzt mal ab gehe ich jetzt in die kampf felsen oder nicht eigentlich würde ich gerne mal gucken ich kann auch bei dir die ganze karte sehen oder wir haben aber kein kometen mehr hier gut dann weiter jetzt gehen wir erstmal die kampf felsengalaxie und machen da unsere drei sterne wahrscheinlich erst mal nur mal gucken hier gibt es ein lila kometen komet schabana kometen komet was auch immer aber hier gab es auch im geheimen oder irgendwo war hier eine röhre glaube ich war die hier drunter irgendwo gab es hier eine röhre äh hallo come down auf live oder so jeden fall gab es hier irgendwo eine röhre da mussten wir rein wo genau die röhre jetzt war keine ahnung schafft man das nicht auch so vielleicht wenn er man den drei sprung früher macht wo ist die röhre gewesen das war doch dieser planet ich bin mir eigentlich ziemlich sicher ich bin mir sehr sehr sicher dass dieser komet war bei war galaxie es ist alles verwirrend wobei wenn das jetzt sofort nach da geht dann kann das in die röhre gesehen sein dieser galaxie gewesen sein Achso, ich muss da rüber. Hä? Musste ich nicht? Oben rüber? Okay. Ich dachte erst, ich muss da oben rüber, aber nein. Anscheinend nicht. Vielleicht gibt es hier noch einen mit Sternenstaub. Aber das glaube ich, oh Gott. Bitte nicht. Was tust du? Geh doch nicht da drauf. Ich würde gerne eine Münze haben. Nur eine. Vielleicht braucht man hier 100 von diesen Sternen teilen. Oder was auch immer, wie sie heißen da. Keine Ahnung. Wir haben hier noch was. Ein Leben. So, wen muss ich jetzt hier anlocken? Und die locke ich den an. Stich? Ja. Hä? So fliegst du jetzt da rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Aus den drei Münzen. Gar nicht schlecht. Dann holen wir das hier. Ja, von mir aus. Dann holen wir jetzt alles nacheinander. Einmal durch. Gehen wir jetzt. Kannst du bitte kommen? Danke. Und auch nochmal Sternenteile drin. Aber wir brauchen eigentlich noch einen. Einmal brauchen wir noch einen, so ein Teil. Kriege ich auch noch zusammen. Außer die verschwinden jetzt, die Gegner. Tatsächlich verschwinden sie. Warum? Scheiße. Dann nicht. Ich hätte noch ein Leben bekommen. Das hätte ich dennoch mitgenommen, wäre hier noch so ein Teil gewesen. Hätte man ja auch einmal machen können, so, ne? Und ich bin auch sehr schlau. Ich habe die ganze Zeit mein Aufnahmeprogramm offen. Wenn ich irgendwas sehen will, was die Camp versperrt, kann ich doch einfach auf das Programm gucken, oder? Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Könnte man mal machen. So schleicht dich in die Riesenfestung. Aber gerne. Aber sowas von... Ja. Genau. Vielleicht war das mit der Röhre auch hier. Kann auch sein. Ja. Oder vielleicht auch erst in der letzten Mission. Wer weiß das schon so genau. Da waren auf jeden Fall Bomben. Die hält, äh, aber sehr lange. Aber ich habe auch getroffen. Oh, ist das das mit dem... Ah, wie viel habe ich und wie viel brauche ich? Ja, 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 ja. Wie viele? Ach, so ärgerlich. Wo kriege ich jetzt die Bombe her? kann man eine bombe mitnehmen oder warum muss ich die ich muss die bestimmt alle besiegen werden was die bestimmt alle besiegen damit ich weiterkomme aber vielleicht geben sie mir auch sternteile ergeben sie mir oder muss ich ne verstehe ich jetzt nicht genau wie wir sie einfach mal ich denke wir bekommen jetzt hier irgendwas besonderes kein schlüssel oder so ach so wir können ach so wir können das mit der bombe aufsprengen jetzt habe ich es auch bei endlich verstanden ja ich habe auch mal endlich verstanden wir können das jetzt aufsprengen ja scheiße da bin ich irgendwie gar nicht drauf gekommen aber dann machen wir erstmal den geheim wieso nicht einer planet okay es war keine röhre wir können mit einer röhre wieder zurück aber aber ja das war auf jeden fall nicht so leicht wobei man musste die doch glaube ich nur dahin werfen wo so ein das war schon scheiße geworfen oder ich werfe die viel zu weit ich kann irgendwie gerade noch nicht einschätzen wo ich sie hinwerfen muss das äh also von von wo ich sie hinwerfen muss ist das doch nicht so schwer hä ich kann mich daran erinnern dass ich da früher immer mega probleme hatte das ist ja easy hey was wieso hatte ich denn da so probleme früher hä das verstehe ich jetzt nicht das verstehe ich jetzt nicht ernsthaft das ist ja total leicht ich kann das gerade nicht glauben aber gut ich spiele einfach mal ich bin aber mal weiter als wäre nichts gewesen gibt es halt jetzt den normalen den wir da holen müssen so gleich bombe mitnehmen ja ich werde jetzt immer die bombe mit drehen aufnehmen weil das mit dem patzer ja eben auch so hat er sie aufgenommen gehabt und ich habe gerade dann noch gedreht ja auch wieso nicht gut wir könnten eigentlich alle besiegen aber es wäre eigentlich unnötig wir müssen einfach nur rüber den dahin werfen das in die luft sprengen mit dem sprechen und dann können wir weiter wahrscheinlich schon joha ja schon klar dass ich drehen muss alter alter warum gibt es hier in 6 leben pilz sechs leben pilz bedeutet eigentlich immer oder eigentlich schon aber wer sollt ihr box sein aber wer sollt ihr box sein alter ist das sein scheiß ernst ich komme da nicht hoch wtf schnell alle einsammeln so die frage jetzt muss ich da jetzt überhaupt drauf ok super ich musste da nicht mal auf was muss ich jetzt hier machen genau ich muss mich anscheinend mehrmals so was schießen oder habe ich einfach nicht getroffen ich habe getroffen doch wieder eigentlich müsste ich getroffen haben ich muss mich anscheinend mehrmals so was schießen oder habe ich einfach nicht getroffen aber bestimmt ja ich habe getroffen aber bestimmt ja ich habe getroffen aber bestimmt ja ich habe getroffen da ist schon der stern wozu kriege ich jetzt hier ein 6 leben pilz ich verstehe es nicht ich muss die bestimmt mitnehmen oder sonst als wenn man die einfach nur so bekommt ja das leben brauche ich jetzt nicht so und jetzt im richtigen moment abfeuern bitte auch nicht der schwerste stern würde ich so mal sagen auf jeden fall nicht das könnte schwerer sein ja eigentlich schon schöne sache 23 sterne habe ich schon würde sagen wir speichern alle fünf sterne mal so kann man mal so machen hiermit bedanke ich mich fürs schauen des super mario galaxy parts ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao